Die 89. Historie sagt, wie Eulenspiegel in einem Spital an einem Tage alle Kranken ohne Arznei gesund machte. Einmal kam Eulenspiegel nach Nürnberg, schlug große Bekanntmachungen an die Kirchentüren und an das Rathaus an und gab sich als einen guten Arzt für alle Krankheiten aus. Und da war eine große Zahl kranker Menschen in dem neuen Spital, wo der hochwürdige heilige Speer Christi mit anderen bemerkenswerten Stücken aufbewahrt ist. Der Spitalmeister wäre einen Teil der kranken Menschen gerne losgeworden und hätte ihnen die Gesundheit wohl gegönnt. Deshalb ging er zu Eulenspiegel, dem Arzt, und fragte ihn, ob er nach den Bekanntmachungen, die er angeschlagen habe, seinen Kranken helfen könne. Es solle ihm wohl gelohnt werden. Der Spitalmeister sagte ihm das Geld zu, wenn er den Kranken hilfe. Eulenspiegel war damit einverstanden. Der Spitalmeister brauchte ihm keinen Pfennig zu geben, wenn er die Kranken nicht gesund mache. Das gefiel dem Spitalmeister sehr gut und er gab ihm 20 Gulden Vorschuss. Da ging Eulenspiegel ins Spital, nahm zwei Knechte mit sich und fragte einen jeglichen Kranken, welches Gebrechen ihn plage. Und zuletzt, bevor er den Kranken verließ, beschwor er jeden und sprach, Was ich dir jetzt offenbaren werde, das sollst du als Geheimnis bei dir behalten und niemandem verraten. Das schworen ihm dann die Siechenden mit großer Beteuerung. Darauf sagte er zu jedem Einzelnen, Wenn ich euch Kranken zur Gesundheit verhelfen und euch auf die Füße bringen soll, kann ich das nur so. Ich muss einen von euch zu Pulver verbrennen und dies den anderen zu trinken geben. Das muss ich tun. Den kränkesten von euch allen, der nicht gehen kann, werde ich zu Pulver verbrennen, damit ich den anderen damit helfen kann. Um euch alle zu wecken, werde ich den Spitalmeister nehmen, mich in die Tür des Spitals stellen und mit lauter Stimme rufen, Wer da nicht krank ist, der komme sogleich heraus. Das verschlafe nicht, denn der Letzte muß die Zeche bezahlen. So sprach er zu jedem allein. Auf diese Rede gab jeglicher wohl Acht und am angesagten Tage beeilten sie sich mit ihren kranken und lahmen Beinen, weil keiner der Letzte sein wollte. Als Eulenspiegel nach seiner Ankündigung rief, begannen sie sofort zu laufen, darunter einige, die in zehn Jahren nicht aus dem Bett gekommen waren. Als das Spital nun ganz leer und die Kranken alle heraus waren, begehrte Eulenspiegel von dem Spitalmeister seinen Lohn und sagte, er müsse eilig in eine andere Gegend reisen. Da gab er ihm das Geld mit großem Dank und Eulenspiegel ritt hinweg. Aber nach drei Tagen kamen die Kranken alle wieder und klagten über ihre Krankheit. Da fragte der Spitalmeister, »Wie geht das zu? Ich habe Ihnen doch den großen Meister hergebracht. Er hat Ihnen geholfen, sodass Sie alle selbst davongegangen sind.« Da sagten sie dem Spitalmeister, womit er Ihnen gedroht hatte. Wer als Letzter zur Tür hinauskäme, wenn er zur festgesetzten Zeit riefe, den wolle er zu Pulver verbrennen. Da merkte der Spitalmeister, dass er von Eulenspiegel betrogen war. Aber der war hinweg und er konnte ihm nichts mehr antun. Also blieben die Kranken wieder wie zuvor im Spital und das Geld war verloren.